So Leute, der Wax hier und willkommen zurück zum Let's Play von Cryos Dazus. Wir haben ja letztes Mal aufgehört und dementsprechend geht es hier auch weiter. So, da drüben haben wir eine Lichtquelle, beziehungsweise eine Wärmequelle und... Das heißt erstmal aufwärmen. So. Und hier unten sieht es verdammt nochmal ziemlich kalt aus. Na mal schauen. What the fuck? Okay, das gefällt mir nicht. Oh shit, unser Leben. Oh, 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 das ist gar nicht gut, das ist überhaupt nicht gut. Oh fuck. Heilige Scheiße, nee, das schaffen wir nicht. Zurück. Alter Schwede. Ich will nicht erfrieren. Okay, das ist überhaupt nicht gut. So. Ähm. Am besten wäre es zu wissen, wo zur Hölle man lang muss. Aber gut, das wissen wir ja mehr oder weniger schon. Hier lang. Holy shit. Ich kann... Hallo? Are you kidding me? Ach, das ist das. Scheiße. Okay. Okay, okay, okay. Oh fuck. Oh, geh hoch. Geh hoch. So. Okay. Das kennen wir ja schon. WTF? Ja, geht doch. Das ist die Stelle, die wir in der Vision gesehen haben. Na, klasse. Aha. Ja, 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 ja. Okay, und hier können wir noch schön nach oben. Oh, bevor wir hier erfrieren. Ich glaube, das reicht schon. Ja, aber das reicht schon. Sehr schön. Heilige Scheiße. Äh, was blockt mich hier? Nichts. Ah, doch. Immer diese Eiszapfen nicht vergessen wegzumachen. Oh, falsche Seite. Auch gut. So, erstmal hier den Schalter betätigen. Und die Lichtwelle nutzen. Oh. Sehr schön. So. Na gut, dann setzen wir unseren Weg fort. Was? Oh shit. Alter, okay. Oh. Alles klar. Okay. Äh. Oh. Wie gemein. Okay, egal. Das machen wir schnell. Ich werde das hier einfach schneiden. Na dann. Geh kaputt. Hallo. Ich glaube, geht doch. Oh. Sehr, hässlich. Neißapfen. Alles klar, Leute. Wir werden hier wieder angekommen. Na dann. Dann fall du da mal schön runter. Ja, komm. Ja. Oh. Verdammt. Stimmt. Nein. Geht doch. Warum zur Hölle ist er da nicht runtergefallen? Heilige Scheiße. Okay. Wie machen wir das? Aha. Okay. Alles klar. Ich bin ein bisschen überfragt. Ich wette, müssen wir da rüber springen. Können wir überhaupt so weit springen? Natürlich nicht. Eventuell. Achso. Aha. Gut. Gut. Hätte mir klar sein müssen. Sag mal, jetzt. Was spiel ich hier gerade? Miros Edge. Und Danko führte sie. Sie folgten ihm willig. Sie glaubten an ihn. Mühsam war der Weg. Er war finster. Und an jeder Biegung öffnete der Sumpf seine faulige Falle und verschlang Menschen. Und die mächtige Mauer aus Bäumen versperrte den Weg. Die Äste waren ineinander verschlungen. Wie Schlangen breiteten sich die Wurzeln aus. Und jeder Schritt kostete die Menschen viel Blut und Schweiß. Lang war ihr Weg. Der Wald wurde dichter. Die Kräfte verließen sie. An diesem Punkt begannen sie, sich über Danko zu beschweren. Sie sagten, ein so junger und unerfahrener Mann hätte sie nicht führen sollen. Doch er schritt ihnen voran und war heiter und gelassen. Alles klar. Na dann, ähm, was blockiert mich hier gerade? Okay, so. Dann wären wir auf der anderen Seite. Und was gibt es hier so Schönes? Oh, ne neue, ja, Erinnerung bzw. Vision. Show me what you got. Ah, okay. Okay. Letztes Mal hat sie nicht gepumpt. Ganz gleich, was wir versucht haben. Irgendwo muss eine Blockade sein. Hier oben ist das Rohr gebrochen. Vielleicht, weil Trümmer heruntergefallen sind. Wenn es dort unten durch etwas blockiert ist, dann verändern sie es mit dem Schweißbrenner weg. Schon dabei. So. Komm. Ja, verdammt, ja. Wir haben Druck. So viel Emotionen. Dann. So. WTF? Okay. OOOH! Shit. Aber wer geht für das Swamp, ne? Oh! Fuck! 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 Oh! Töten! So! Okay. Raus da und einfach töten. Das ist eine scheiß Axt! Heilige Scheiße! Und wir haben eine Axt. Wie episch ist das denn? Oh ne Axt. Wie gut, wie gut, wie gut. Alles klar. Ähm. Okay. Wir kommen jetzt hier lang. Hallo? Hallo? Geht doch. Äh. Wir können jetzt hier lang, aber da drüben ist noch eine Lichtquelle. Da würde ich mich davor ein bisschen aufwärmen. Ach das geht gar nicht. Ah ja klar. Hier ist ja gar kein Weg gewesen, ne? Hä? Wie komme ich denn da ran? Achso. Natürlich durch dieses Rohr hier. Oh Gott, dass das Rohr hier nicht bricht ist ja zwar alles eingefroren, aber trotzdem. Hm. Theoretisch hält mir das hier. Oh, das war... Okay. Wunderbar. Sehr schön. Was ist das denn? What the fucking shit. Hahaha. Sehr schön. So, wir speichern mal schnell. Man kann ja nie wissen, was auch dazu kommt. Das will ich aber noch nicht verbrauchen. Ich bleib mal bei der Axt. Oh ja. Wunderschön. Wunderschön. So, hier rüber. Und dann einfach da drauf springen. Obwohl wir hätten... Wir können auch einfach da drauf springen und dann da drauf. Also von daher ist das sehr unwichtig. So. Wunderbar. Holy shit. Okay, das gefällt mir nicht. Ohne Lichtquelle. Ich nenne es jetzt einfach nur noch Lichtquellen, da Lichtquellen gleichzeitig auch Wärmequellen sind. Oh! Alter, was geht denn bei dir ab? Was machst du denn für unmenschliche Sprünge? Das ist ja nicht mehr normal. Haha. Alles klar. Ach nein. Nein. Oh fuck. Na dann. Das ist aber nicht geil, das... Hallo? Mehr Licht. Ach, scheiße. Äh. Okay. Na dann. Der eiskalte Tod. Shit happens. Oh fuck. Nein, 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 nein. So wird das nichts. So wird das nichts. Aber überhaupt nicht. Wir brauchen viel mehr Wärme. Oh, da oben. Jawoll. Jawoll. Wie gut, ich glaube so viel Leben hatten wir noch nie. Sehr schön. Das dürfte vollkommen ausreichen. Okay, der Weg war jetzt doch wirklich kurz. Also wäre es sogar egal gewesen. Hätten wir sogar ganz knapp so geschafft. Ist dahinter nicht irgendwie eine Wärmequelle? Das leuchtet so komisch. Warum auch immer das so komisch leuchtet. Ich würde mal sagen, das kommt von dem hier. So. Trüben hat sich überhaupt irgendwas geöffnet. Nur wo? Ach da. Alles klar. Holy shit. Das ist ziemlich geil inszeniert. Oh. Stirb. Tja. Gegen eine Axt habt ihr keine Chance. Oh. Leben. Oh. Sehr schön. Oh. Im Prinzip können wir das Lagerfall gleich umarmen. Ich meine, das brennt ja nicht mal. Das glühlt einfach nur. Hallo mein Freund. Axt gegen Axt. Axt gewinnt. Und nochmal. Na dann. Im Prinzip ist für mich das komplette Spiel schon die ganze Zeit blind gewesen. Ich kann mich nur noch an geringe Stellen erinnern. Also wirklich an sehr wenige Stellen. Oh. Geister. Hallo. Hallo. Hier waren sie also alle. Also im Großteil. Und haben gelebt. Gegessen. Getrunken. Ja einfach gelebt. Okay. Wie war die Soundeffekte einfach echt gut. Oh. Oh. Was ist das denn? Oh. Oh Gott. Wie konnte ich sowas übersehen? Wie konnte ich das übersehen? Naja. Egal. Jetzt haben wir es ja. Okay. Wo sind wir? Können wir da ran drehen? Warum auch immer sie sich selbst geschlossen hat. Es ist auch immer so ein Horrorspiel. Es ist in jedem Spiel so, dass sich alle Wege von selbst verschließen. Einfach so. Oh was ist das? Scheint nicht wichtiges zu sein. Na dann gehen wir einfach mal da durch. Hallo. Oh shit. Das geht tief runter. Holy shit. Hallo. Greif mich. Greif mich nicht an. Okay.